guten tag und herzlich willkommen zu einer weiteren mirapodo live shopping show ich freue mich dass du dabei bist dass du eingeschaltet hast ich bin die elena und es gibt heute was ganz tolles zu gewinnen um genau zu sein es gibt mehrere tolle schuhe zu gewinnen deswegen bleibt dran ihr könnt jederzeit unten in den kommentaren euren namen schreiben dann uns fragen stellen also was immer euch in den kopf kommt schreibt uns einfach dann könnt ihr oben auch direkt auf den schuh drauf klicken und mit dem code shopping gibt es 30 prozent auf auserwählte artikel deswegen also heute ist echt einiges los hier und es gibt eben auch sechs geschenke für jeweilig ja den gewinner mal sehen wer es sein wird und ich zeige euch mal was ihr heute gewinnen könnt genau funktioniert das gewinnspiel ihr könnt die letzten vier nummern von eurer telefonnummer unten in den chat schreiben wenn ich sag los dann unter den kommentar von gewinner von mirapodo die person die direkt drunter kommentiert hat mit den vier buchstaben von ihrer nummer kriegt dann den schuh zugeschickt kostenlos eisgeschenk ihr schreibt uns dann einfach auf mirapodo auf instagram und wir rufen euch dann an um sicher zu gehen dass das auch die richtige nummer ist und schicken euch den schuh dann zu und hier das könnt ihr heute gewinnen jeden schuh also es kann nur eine person einmal gewinnen sonst wäre es glaube ich ein bisschen unfair und wir wollen ja auch dass so viele leute wie möglich dran kommen und zwar einmal paul westerbo jolana und fenena dann gibt es inselhauptstadt im belles lindfield also es ist glaube ich für jeden was dabei und ich habe mir einfach mal so meine lieblings schuhe ausgesucht diesen schuh habe ich auch direkt angezogen von jolana und fenena also ich glaube heute ja ist für jeden was wirklich dabei das sind meine absoluten favorites und ich hoffe sie gefallen euch auch so gut schreibt uns gerne mal in den kommentaren ob euch die schuhe auch so gut gefallen wie mir und welcher eurer favorit ist und ich sage wir starten gleich mal damit wir keine zeit verlieren und wir gleich mal schauen können wer welchen schuh gewinnt wir fangen hier direkt an mit diesem wunderschönen stiflette von paul westerbo in so einem ganz tollen lack und zwar ist er auch noch vegan also also wirklich ein toller schuh in ganz toller optik und ich finde es ist und schulden kann man wirklich zu allem tragen weil der zeitlos ist und trotzdem super schick und sportlich also ganz toll und hier gibt es auch noch einen reißverschluss und mit dem code shopping könnt ihr 30 prozent bekommen auf diesen schuh oder vielleicht gewinnt ihr ihn und ihr kriegt ihn kostenlos nach hause geschickt und ich hoffe ihr seid alle bereit ihr habt die ersten vier die letzten vier ziffern von eurer telefonnummer schon reingetippt und wenn ich los sage und ihr dann direkt unter dem kommentar von mirapodo eure nummer reinschreibt also der wird damit stehen gewinner und die person die direkt unter gewinner geschrieben hat die hat dann diesen schuh gewonnen und kriegt ihn kostenlos als geschenk nach hause geschickt und ich würde sagen ich zähle gleich mal runter und zwar in drei zwei eins los ich bin gespannt wer diesen wunderschönen wer diese wunderschöne stieflette nach hause geschickt bekommt als geschenk also wirklich absoluter hingucker und total angesagt total stylisch und trotzdem eben auch für diese jahreszeit perfekt für regen schnee oder halt spazieren gehen optimal ich bin gespannt ob ich gleich bekommen wer es war wer diese schuhe gewonnen hat schreibt uns dann bitte einfach auf instagram bei mirapodo und eure telefonnummer und euren eure schuhgröße und wir rufen euch dann an und dann bekommt ihr diese schuhe einfach nach hause geschenkt tolle aktion oder ich frage einfach mal dominik ob es schon einen gewinner also den gewinner gibt schon aber ob sie mir schon sagen können wer gewonnen hat wir machen einfach schon mal weiter und zwar gewinner ist also für diesen schuh ist der gewinner einlos verides 45 ich hoffe ich sage das richtig schreibt uns einfach bei instagram habe ich das richtig gesagt perfekt ja okay schreibt uns einfach bei instagram und wir werden wir diesen schulern kostenlos als geschenk nach hause schicken so wir machen gleich mal weiter mit dieser schicken mit diesem schicken stiefel von jolana und fenena ganz tolles velour leder und was ich bei jolana und fenena besonders mag ist also erstmal die hochwertige verarbeitung die schuhe werden in europa produziert um genau zu sein in portugal und man sieht wirklich dass es ein ganz edler schuh ist dass das material ganz toll ist hier auch wieder mit reißverschluss also super praktisch keine sorge ihr müsst hier nicht alles aufschnüren sondern ihr könnt hier einfach den reißverschluss aufmachen und rein schlupfen und wer noch kein creme beige off-white stiefel zu hause hat dann wird es zeit und vielleicht gewinnt ja einer von euch jetzt diesen stiefel und bekommt ihn nach hause geschickt ich erkläre noch mal ganz kurz wie es genau funktioniert und zwar ihr schreibt eure letzten vier nummern von eurer telefonnummer in den chat wenn ich los sage und dann wird unter dem gewinner also wenn mirapola gewinner steht die person die direkt unter gepostet hat die kriegt dann diesen schuh nach hause geschickt ich wünsche euch schon mal ganz viel erfolg hier nochmal kurz zu der sohle also wirklich super schön auch farblich einfach perfekt abgestimmt und es wäre zum beispiel auch ein schuh den würde ich super cool einfach entweder mit einer skinny jeans oder so kombinieren oder eben auch mit der shorts aber leider ist es wettertechnisch momentan nicht machbar aber ich finde zu so einem outfit wie ich das jetzt trage finde ich wäre der farblich jetzt auch optimal würde sehr sehr cool ausziehen also auch mit einem blazer mit einem rock oder mit einer skinny jeans ist definitiv ein hingucker und ich bin gespannt wer ihn jetzt gewinnt ich sag in drei zwei eins los mal sehen wer diesen wunderschönen jolano finena stiefel nach hause geschickt bekommt also echt sehr schicke farbe und wer jetzt sagt oh den hätte ich aber so gerne gehabt und ja ich habe nicht gewonnen dann mit dem code shopping bekommt ihr 30 prozent auf diese schuhe und auch noch auf weitere schaut einfach bei uns auf unserer website oder bei uns in der app vorbei und dann kommen wir mal zu meinem jolana und finena stiefel und ich muss ganz ehrlich sein ich bin totaler jolana und finena fan und ich habe den auch das ist mein schuh also das ist mein schuh den habe ich mir bestellt und ich liebe ihn und werde darauf so oft angesprochen ich finde die sohle total cool perfekt für dieses wetter also auch total rutschfest und eben wieder ganz hochwertig in ganz schönen glänzendem leder auch meine freundin haben ihn sich auch schon bestellt ich glaube zwei oder drei haben ihn mir nachgekauft kann ich auch ganz ehrlich total nachvollziehen sitzt auch wie angegossen ich trage manchmal skinny jeans oder ja es ist so ein richtiger hinkocker stiefel und macht jedes outfit so ein bisschen ja stylischer noch ich schaue mal ich schaue ob dominique den gewinner hat für diesen schicken jolana und finena stiefel danke dominique chrissy 21 30 du hast diesen schuh gewonnen schreib uns einfach bei instagram auf mir und wir rufen dich dann an und dann kriegst du ihn in deiner größe zugeschickt viel spaß damit und wir machen jetzt weiter mit diesem schicken am belles schuh also erstmal vegan approved das finde ich auch ganz klasse vor allem finde ich es toll wenn eben so die also wenn so ein veganer schuh einfach so ganz hochwertig auszieht vom material also sowas von wahnsinnig weich also wirklich wenn man da glaube ich einmal seinen fuß reingesteckt hat dann will man den nicht mehr rausnehmen der ist so fluffig ich war auch schon drinnen und muss echt sagen ja super bequem und die farbe finde ich auch ganz toll also es ist so ein ja so ein braun so ein kastanienbraun hat aber auch so ein glanz glanz effekt hier auch ganz schön mit diesem gold mit dieser goldenen verarbeitung und eben auch von der sohle wieder super für jetzt auch die kältere zeit und der fuß bleibt garantiert warm so jetzt bin ich mal gespannt wer diesen schicken am belles schuh gewinnt und nach hause geschickt bekommt und ich sage ich hoffe ihr seid bereit und ich sage 3 2 1 los mal sehen wer der gewinner ist ich finde es auch cool eben dass jeder ein schuh also dass jeder die möglichkeit hat ein schuh zu gewinnen damit einfach dass wir so viele leute wie möglich haben die auch an diesem gewinnspiel eine freude haben und sich über den schuh freuen wir machen gleich mal weiter mit inselhauptstadt mit diesem schicken also wie gesagt ich habe mir einfach meine favorite styles rausgesucht einfach also erstmal ist mir ganz wichtig dass die füße warm sind im winter hier sieht man es auch wieder gefüttert ganz schön warm gefüttert damit einfach die füße warm sind schreibt mir gerne mal im chat ob es euch auch so geht dass eure füße immer kalt sind und deswegen ihr immer nach schuhen sucht im winter dass die füße warm bleiben und mit diesem kann ich euch garantieren wird der fuß warm bleiben und was ich hier auch ganz schön finde ist dieser leichte glitzer ja dieser glitzer look so leicht schimmernd eben auch super für ja vielleicht ein schickeres outfit und trotzdem warme füße also mit dem kann man wirklich absolut gar nichts falsch machen und da ist man bei jedem outfit mit dem schuh glaube ich sieht man einfach schick aus und man hat warme füße und er ist einfach für jede jahreszeit jetzt insbesondere in kälteren zeiten also für jede für jede verschiedene wetterlage jetzt im winter meine ich perfekt geeignet und ich bin jetzt gespannt wer diesen wunderschönen inselhauptstadt schuh gewinnt und ich hoffe ihr seid bereit ich schaue hier gleich mal rüber ich glaube das passt alles ihr könnt jetzt wenn ihr die letzten vier buchstaben von eurer telefonnummer in den chat schreibt und ich wartet auf mein los dann könnt ihr eben wenn ihr direkt unter dem kommentar gewinner seid könnt ihr diesen schuh gewinnen und wir schicken ihn euch kostenlos nach hause ich hoffe ihr seid bereit ich sag drei zwei eins go ich bin gespannt wer diesen wunderschönen schuh nach hause geschickt bekommt ich habe jetzt hier schon den gewinner von am belles und zwar ist es krims crema 4335 ihr seid sehr kreativ mit euren namen diesen schuh hast du gewonnen du kriegst ihn nach hause geschickt von uns schreibt uns einfach auf instagram bei mirapodo in dem in den nachrichten und wir werden ihn dir dann nach hause schicken ich wünsche dir ganz viel spaß damit deine füße werden dir danken das kann ich dir schon mal ganz sicher sagen so hier wir machen mit diesem ganz schicken paul westerbro chelsea boot weiter in einem ganz tollen napaleder und mit einem ganz schönen genarbten finish also wirklich so ein stiefel der zeitlos ist und trotzdem total angesagt hier auch wieder gefüttert innen drin das ist mir einfach total wichtig also ein gefütterter stiefel der eben auch jetzt für nassere zeiten perfekt ist mit dieser sohle die definitiv dafür sorgt dass man sicher ankommt und eben auch hier ganz schön mit diesem elastischen detail diesen typischen chelsea detail und ich liebe auch diese dunkelbraune farbe die jetzt einfach immer mehr also insbesondere diesen winter alles in so einem schokoladenbraun gehalten wird weil ich finde da kann man ganz cool auch schwarz zu kombinieren ich würde es jetzt hier auch einfach ganz kurz zu diesem blazer kombinieren mit einer skinny jeans vielleicht ob blau grau schwarz passt eigentlich alles dazu also super schöner zeitloser schuh der ganz sicher auch für warme füße sorgt jetzt im winter und wenn du sagst oh mein gott diesen schuh würde ich unbedingt gerne haben dann mach jetzt mit bei dem gewinnspiel wenn ich los sage dann könnt ihr die letzten vier nummern von eurer telefonnummer direkt unter den kommentar schreiben von mirapodo und zwar wird es heißen gewinner und die erste person die darunter kommentiert hat die kriegt dann diesen schuh kostenlos von uns nach hause geschickt ich hoffe ihr seid bereit und ich zähl runter in drei zwei eins los viel erfolg ich bin gespannt wer diesen schönen chelsea boot nach hause geschickt bekommt mal sehen hier kriege ich jetzt auch schon danke dominik einmal alessa 9724 du hast diesen wunderschönen schwarzen inselhauptstadt schuh gewonnen und wir schicken ihn dir nach hause ich wünsche dir ganz ganz viel spaß damit schreibt uns einfach bei instagram und dann werden wir dich anrufen und dann kriegst du ihn per post nach hause geschickt wir machen weiter und es ist auch schon unser letzter deswegen wenn ihr noch nichts gewonnen habt dann wünsche ich euch ganz viel glück jetzt mit diesem schuh und zwar ist der von linfield ich finde er ist einfach super cool ich liebe ja so diesen rockigen style insbesondere wenn ich dann irgendwie mal so ein schickeres outfit habe dann so einen rockigen schuh finde ich einfach perfekt um das so ein bisschen zu brechen und noch mal lässiger zu sein also erst mal die sohle ist auch wieder optimal hier jetzt für die kältere zeit und ich muss sagen ich liebe diese schuhe nicht nur für den winter sondern ich trage den auch super cool mit einem kleid im sommer also ich finde es ist einfach so ein schuh den kann man zu jeder jahre zertragen und ich finde eben auch diese ganz coole kombi hier in so einem rocker look mit schwarz und weiß dann hier mit dem ganz coolen detail mit der einschlupf hilfe und der englischen flagge und dann wieder auch super praktisch hier einfach mit dem zipper und ich muss sagen der ansturm auf diese auf linfield ist groß deswegen wenn er nicht mehr in deiner größe da ist wir haben den auch noch in zwei weiteren farben und schaut einfach mal was es alles bei linfield gibt ganz ganz coole rockige und ganz coole stiefel oder stiefletten die ihr dort finden werdet aber auch andere styles also schaut da einfach mal bei mir pote vorbei und wenn du jetzt sagst oh mein gott den hätte ich unbedingt gerne zu hause genau diese diesen schuh wollte ich schon immer haben dann hoffe ich jetzt dass du gewinnst und zwar kannst du die letzten vier nummern von deiner handynummer einfach in den kommentaren schreiben und wenn ich los sage und die person direkt unter gewinner geschrieben hat dann wirst du diesen schuh gewinnen und wir schicken ihnen die eis geschenk nach hause deswegen wünsche ich euch jetzt mal ganz viel erfolg und ich bin gespannt wer jetzt diesen schuh gewinnt und ich sage drei zwei eins los ich habe jetzt auch schon den gewinner hier für den paul westerbrod chelsea boot und zwar ist es andrea 3683 glückwunsch andrea ich wünsche ganz viel spaß dabei schreibt uns einfach per instagram und ja dann schicken wir den schicken wir ihnen die als geschenk nach hause ich warte jetzt noch mal wer diesen schuh gewonnen hat hat wenn ihr sagt ich habe keinen einzigen schuh gewonnen schade ich bin traurig musst du nicht sein mit dem code shopping zu 30 prozent auf diese schuhe und auch auf einige mehr deswegen schau einfach mal vorbei entweder auf mirapodo.de oder eben in unserer app ihr könnt auch euch diese show jetzt noch mal noch mal anschauen im nachhinein und vielleicht findet ihr noch wenn ihr später eingeschaltet habt vielleicht seht ihr noch ein style den ich ja den ihr noch nicht gesehen habt und dann geht ihr einfach drauf klickt drauf und dann könnt ihr euch den schuh bestellen und mit dem code shopping 30 mit dem code shopping kriegt ihr 30 prozent und ich habe jetzt auch schon den gewinner david 963 ist der gewinner von diesem linfield boot david ich hoffe den kriegt deine freundin oder eine freundin ich wünsche dir ganz 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 viel spaß david ich hoffe ihr hattet eine gute zeit und es geht am mittwoch weiter mit einer tom taylor show vielen dank euch fürs einschalten und ich wünsche euch noch einen ganz schönen abend